Hi und hallo meine lieben Freunde, wir kommen zur nächsten Folge von Let's Play Sky Factory 3 zum mit lieben Zulerns. Was war das denn jetzt? Gesinge oder was? Ein Geheulein. Und natürlich der lieben Blutjenny. Ja, also, äh, das Lied ist irgendwie neu. Das Lied? Ja. Ähm. Das gab ich jetzt noch nicht dran, das ist das Problem. Ja, also wir haben den Server eben ein bisschen laufen lassen. Wie man hier sieht, ist es auch einiges schon durchgelaufen. Aber leider viel zu wenig Redstone. Ähm. Dementsprechend bin ich jetzt am überlegen, ob ich einfach schon mal anfange zu craften. Weil Dings machen habe ich gerade keine Lust, selber 7 mehr. Schneller als Sklave. Auch weil das nichts bringt, weil wir zu wenig Strom haben. Gut, ich fange schon mal an. Na, kratz mich schneller. Ich fange schon mal an zu craften. Also, ich brauche sehr viel Glas. Check. Ich brauche sehr viel Holz. Check. Ich brauche alles Eisen, was wir haben. Jenny muss sterben. Check. Jenny, Jenny sterben Teil 1. Jenny sterben Teil 2. Ne, ne, doch nicht. So, den ganzen Haufen Eisen, was wir noch haben. Boah, hoffentlich klappt das denn mit dem Solarpanel. Na, dann können wir uns eine Kleinigkeit überlegen, wie wir automatisch ziehen. Ach, die hier im roten Bereich spawnen ständig aggressiv, die vier hier. Ja. Weil es da dunkel ist. Und ich brauche das Redstone, was wir haben. Ja, ich lasse erst mal nur bei den 39. So. Hier, Schatz. Äh, Tobi. Hier für dich. Mach. Pack dir zur Seite. Ich will da ein paar Augen. Dann mach die auf. Dann sag, was drinne war. Golden Courage. Und... Spice Rack. Kitchen Craft. Gesundheit. Das war was für mich. Das war was für mich. Dann ein Cookie und ein Namenstack. Okay. Cookie gerne. So. Dann... Bailey. Ja, warte, ich muss mal überlegen. Wir brauchen... ...vier Solarpanel 3. Das heißt, wir müssen das zweimal cropen. Das heißt, wir brauchen acht Solarpanel 2. Das heißt, wir brauchen 64 Solarpanel 1. Drei Stacks Mirrors. Ernsthaft? Wir haben nicht mal ansatzweise genug Glas, hab ich das Gefühl. Ne, wir haben nicht mal ansatzweise genug Glas. Sag nicht, wir müssen alles wieder von vorne machen. Ich sag es nicht. Ich habe irgendwie Lust, jemanden zu zerfleischen in der Luft. Warum denn? Ach, keine Ahnung. Nein, gerade müssen wir es noch nicht machen. Et. Pam. So. Auf jeden Fall, wir haben immerhin genug Eisen. Damit ich die 64 Dinger schon mal machen kann. Ich bin gerade am überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn ich erstmal... ...so weit hoch crafte, quasi wie ich kann. Anscheinend direkt die 64 zu machen. Von mir haben wir kein Auto-Crafting und nichts. Boah, wir wetten, es gibt irgendwo eine Quest von wegen Craft Draconic irgendwas. Keine Ahnung. Automate Crop Harvesting. Muss es irgendwas geben? Craft a power, äh... ...and power a generator of some kind. Ja, hoff ich. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt noch mal eine Kiste auf und ich mache jetzt mal was Gescheites zu essen. Okay? Okay? Oh Ja sag ich doch Produce 1 Billion RF per Tick Craft a Single Octable Compressed Cobblestone Einen einzigen Compressed Warum? Ja wir haben kein Auto Crafting Jenny Ja das hab ich auch schon kapiert Warum macht man sowas? Was Also wir hatten Wir haben gestern ein Mod Pack ausprobiert Was extrem schwer ist Wie hieß es? Terra Firma Craft Reloaded Das haben wir ausprobiert das ist echt ein Horror Also ist das schon geil Also wir haben gestern ohne Wie hieß das ohne Vorwissen haben wir gestern angefangen Haben denn aber aufgehört Ja wir haben Also das war ja zu schwer Wir hatten einen Mod Anfänger dabei Und das war ja natürlich schwer Für jemanden der Noch nie einen Mod gespielt hat Und gleich dieses Mod fest Das ist ein eigener Mod Das kann man ohne Vorwissen machen Ja aber er hatte halt null Grundwissen Was machst du an meiner Kiste da hinten? Gar nix Ich mache nix Ich tue nix Hm? Ich klaue dir kein Holz Falls das die Frage ist So Das ist nervig Das ist nervig Warum esse ich eigentlich Rohkarotten Wenn ich den Karottensaft habe? Warum habe ich überhaupt einen Stack Karotten im Inventar? Ja Weiß ich nicht Das fängst du mich Ja Weil du mir die wahrscheinlich zugeschmissen hast Jetzt bin ich wieder schuld Seht ihr seht ihr seht ihr das So fängt er an immer Ja Okay Ähm Wir brauchen Eisen 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 Einen Einen Was hast du das gemacht? Äh Welchen? Ich habe jetzt gleich den 3er Ähm Das heißt White Glas Den dritten machst du oder? Ja Okay Das heißt Du musst vier Stück von Solarpanel 2 haben Redstone Repeater Block of Iron Und dann Lapislazuli Mirro Achso Okay Ich habe das Rezept jetzt gezeigt Ähm Ernsthaft Jetzt kann ich keinen dritten davon bauen? So So Block of Iron Et Pam So Wir haben zwei Solarpanel Stufe 3 Und wir haben keine Ressourcen mehr Ähm Wow Das frisst so viel Das ist einfach abnormal Oh Wir haben sogar noch ein Solarpanel 2 über So Glas Ja Wir brauchen langsam wirklich mal ein paar neue Kisten Oder eine Idee wie wir mal richtig äh Sortieren können So Dann Dann Okay jetzt haben wir ein Problem Was denn? Ähm Es sind zwei Crafting Rezepte die gleich gecraftet werden In der gleiche Art und Weise Aber Ähm Ähm Ich kann das was ich craften will nicht craften Und warum nicht? Weil das Rezept einer äh ist ein Tool Rod auf 1 Ein Iron auf 5 und ein Iron auf 9 Und daraus soll ich eigentlich diese die Bratpfanne bekommen Aber ich bekomme daraus den Iron Tool Iron Craft oder Rath Tool Okay und nun? Ich brauche die Pfanne um Essen zu machen Okay und nun? Irgendwie habe ich das Gefühl ich kriege gleich eine geditcht So Ach es muss aus Aluminium gemacht werden oder aus Copper Achso deswegen funktioniert es nicht Drei davon Drei davon Drei davon Ach das kann ich so machen? Was geht da jetzt gerade durch? Scheiße Was mache ich da jetzt gerade? Weiß ich nicht Was? Ich weiß nicht was du machst Toll jetzt habe ich irgendeinen Scheiß gemacht und habe unsere Eisen verschwendet Hä? Redstone kann man auch einschmelzen? Anscheinend Da kriegt man Flux rum Flux nicht so schön Toll So So Alloy only So geht doch Salt war glaube ich hier So So Da brauche ich Clay, Sand und Rubble für Genau Haben wir nichts mehr von Also ich kenne mich gerade um deren Nahrung Ich voll krass korrekt Nahrung, geil Naja Ähm So Äh, haben wir keinen Eimer mehr? Keine Ahnung wo du den hingelegt hast Den hattest du letztes Mal Den hattest du letztes Mal Nein, hatte ich nicht Schambar ja schon, sonst hätte ich ihn ja und ich hatte ihn nicht Ich habe ihn nicht, das sind keine andere Kisten hier vorne Also schraue ich mal in die Kiste hinten bei deiner's Malcree Und stell dir vor, das sind sogar zwei Stück Warum ist da ne Kiste Äh, fragt mich nicht Die hast du da hingestellt Jetzt bin ich schuld Soll ich hier den Aufnahmen nachgucken? So So, wenn man ein Bucket Wasser jetzt ins Silventar packt Also ins Craftingmenü Gehen wir einmal Freshwater raus Und Ja, mit dem Freshwater könnt ihr halt Nachher laufen Ähm Das heißt ich muss zehn Ne Zwei Clay brauche ich Das heißt wenn ich Fünf Clay nehme Muss ich Fünfzig Gravel nehmen Fünfzig Gravel Warte mal, das wird dann zehnmal Und Freshwater Zwanzig davon Und Freshwater So Port und Freshwater Das sind jetzt zwanzig Und Fünf Was machst du denn? Ich will Salz rausbekommen Ich will Salz rausbekommen Normalerweise nimmst du dir Freshwater Oder Water allgemein Und packst drüber den Pot Weißt du? Ja Normalerweise kannst du ja mit Freshwater das machen Aber jetzt geht's hier nicht mit Freshwater Sondern du musst wirklich Kriegst ein Bobbelwasser raus Ich versteh leider nicht wovon du redest Ich will Salz rausbekommen Und was gescheites zu essen Komm mal bitte mit dem Eimer her Ich bin da Mach mal voll Ich brauch Clay Okay So ein Clay Müsst du haben Danke So Komm uns mal kurz her Wartest du kurz? Ja Kann ich mal Wow ganze drei Redstone schon Ja bitte Ja Ja Conduit Binder 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 Compost halt Wenn man das jetzt Einschmilzt Da ja Was Ewigkeiten dauert Und dann mit dem hier verbindet gleich Mit was denn? Was du momentan gekriegt hast Achso Oh hab ich Kondo jetzt Das machen wir mit einem Redstone und einem Eisen Im Alois Smarter Und da können wir den Stromkabel gleich draus machen Ja es ist vor dir liegen Danke Ich muss jetzt nur warten Okay das geht dann schon schnell Naja wobei Toll Alois Smarter brauche ich grad nicht So So Äh nein Der Hammerer Soll bitte auch nicht gepowered werden So Dann kann jetzt hier nämlich Das Ding drauf Das Ding drauf Das gibt dann hoffentlich Strom ab Bitte nur noch Vorfüglich Wir sind wieder bei 15 Minuten Ja ein Moment War es meine Folge oder deine Folge? Deine Ich glaube wir haben jetzt genug Strom Du Ach stimmt Für den Kleinen äh Für das Sieb hatte ich die Karotten immer im Tag So Wenn ich das Ding jetzt hier drauf packe Sollten wir auch ein bisschen Strom plus machen Ach natürlich habe ich jetzt keine Karotten mehr her anstecken Okay Da würde ich sagen Wir machen Strom plus Jenny Komm mal her schnell Ich komme Und dann haue ich dich gut mit Hast du ihm Drogen gegeben? Ja guck mal wir haben Strom plus Wenn du hier oben rauf guckst dann siehst du ja charge das was sie aktuell äh Drinnen haben quasi Ja Capacity ist das was sie Maximum drin haben Generation was sie produzieren pro Tick Und Efficiency halt wie effizient die sind Mhm Das heißt wir können jetzt unsere Maschinen hier laufen lassen Ohne dass wir Kohle verbrauchen Passt doch Ja Fortschritt So dann würde ich sagen Wir planen für die nächste Folge Was richtiges zu essen Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Tschüss 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 Tschüss